Du bist hier das erste Mal? Ja, in Salzburg. Ich war in Wien ein paar Mal. Wien ist ganz anders. Salzburg ist viel kleiner. Das ist eine kleine Stadt. Drei Leute zu Hause. Das ist eine kleine Stadt der Oberfläche. Sie sind herz Przyletzt. Ich bin Herr Maens, Gebärg. Und zu Hause. Aufmerksamkeit. Ich habe auch dabei. Ich habe auch dabei die Stadt der Oberfläche.